Kultur, die unsere Hausherrin hier, Margot Stoneborough, Wittgenstein, so hochgehebt und so gelebt hat. Hier nämlich die verschiedenen Künste, die verschiedenen Generationen, auch die verschiedenen sozialen Schichten zusammenzubringen, um über Kunst und Kultur zu diskutieren. Und genau das wollen wir machen zwischen den Zeiten und Künsten, wollen wir hier Begegnungsräume schaffen. Für mich geht es um diesen Moment des Entzifferns, dieser Materialsammlung und auf einmal kommt Bedeutung hinein. Und das ist genau das, was der Satz eigentlich anspricht, zur Sprache bringt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017